Liebe Kraut, ich freue mich Ihnen, einige positive Neuigkeiten berichten zu können. Scanovis hat bereits nach fünf Wochen die Fundingschwelle von 75.000 Euro erreichen können. Dafür möchte ich mich erst einmal recht herzlich bedanken. Scanovis hat an den 11. Berliner Sicherheitstagen teilgenommen. Dort konnten wir unsere Technologie einem breiten Fachpublikum vorstellen. Es ist uns auch gelungen, das Interesse unseres Bundesinnenministers, Herrn Thomas de Maizière, wecken zu können. Er hat sich unsere Technologie sehr interessiert erklären lassen und fand unseren Ansatz, Fingerspuren mittels Laserscan-Technologie zu sichern, hochinteressant. Ein weiteres wichtiges Ereignis war die Anmeldung unseres zweiten Patents. Dies sichert uns weitere Einsatzgebiete in der Medizin und der Industrie. Unterstützen Sie Scanovis jetzt mit einem Investment auf Thunder Nation, Ihr Jürgen Marx.